An gewissen Tagen ist es ein Beruf wie jeder andere. An Sponsortermine, an Pressetermine, an Shootings und so weiter und so fort. An Sponsorgeraden Die Jungs sind müde, Stefan und Björn, die, die immer lächeln, die eine Wintersaison voller knackiger Abfahrten aussehen lassen wie eine Reise über einen Berg aus Zuckerwatte, süß und flauschig. Das muss doch sein wie ein wahrgewordener Traum, ein Leben aus süßem Pulver, wie er von den Bretterkanten fliegt und den echten Alltag so einfach aussehen lässt. Aber irgendwann kommt nach jeder Zuckerwatte ein bisschen Zahnweh, wenn am Ende der Saison nicht nur der Schnee schmilzt, sondern auch die Nerven, wenn die unpiegsame Sportlerseele nach Ruhe schreit. Müde sind sie, verschluckt von einem Loch aus innerer Erschöpfung und Lustlosigkeit, abgekämpft halt und aus der Spur gefallen. Was soll man machen? Aufstehen? Im Kreis drehen? Rausgehen? Suchen? Finden? Wie? Wie nur? Wie auch immer? Verstehen? 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 Oh, was soll man? you you've been waiting for all your life maybe he's the one who is waiting for someone to let him go Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das sind so Momente, wo man sich selbst nicht leiden kann oder wo man so diesen Sinn sucht und wo man den auch nicht zwangsläufig findet. Und Momente, wo man auch dann irgendwann lieber alleine ist bzw. auch keinen treffen mag, weil man ja dann nicht wirklich eine nette Person ist. Das bringt mir ja nichts, wenn ich da jetzt bin, mich und Scheiß und die ganzen anderen Leute um mich herum und Krantler, dadurch wird es ihnen besser, sondern eher schlechter. Gelingt nicht immer ab und zu, gelingt es schon. Ja, beim Freireiten hat man die Chance, dass man macht, was man machen will. Aber dementsprechend ist es auch oft ein bisschen so eine verlorene Position, die man da einnimmt, weil es gibt dann Zeiten, da wird man nicht geführt. Da muss man sich selber die Ziele setzen und sich durchschlagen und dann im Winter geht es dann eh wieder hin. Aber dazwischen hat man schon Phasen, wo man Selbstvertrauen braucht, dass man diesen Weg weiter beschreitet. Ja, beim Freireiten hat man schon. Ja, beim Freireiten hat man schon. Wenn man jetzt eine schlechte Phase hat, wo man sich nicht wirklich motivieren kann und trotzdem geht, und man findet einfach nicht diesen Flow. Da spielt ein guter Freund, ein guter Partner eine Riesenrolle, weil man sich dann an denen seine Motivation so hoch handeln kann, wie bei so einer Strickleiter. Man trifft selten Menschen, die an so vielen Tagen so motiviert sind und sich über Kleinigkeiten, vor allem beim Skifahren, so freuen können wie Stefan. Der Björn ist sicherlich ein Charakter mit unglaublich positiven, supermenschlichen Zügen. Stefan hat schon fast so eine kindliche Motivation, die dann irgendwann ansteckend ist. Eigentlich das, was viele Erwachsene im Laufe der Jahre verlieren, hat er sich immer noch beibehalten. Und das ist im Grunde sehr strebenswert, würde ich jetzt sagen. Und er denkt auch nicht so viel nach, was andere über ihn denken. Das ist ein komplettes Blunzen. Er macht das, was er gerne macht, und das macht er gut. Der Björn braucht manchmal einen Tritt in den Hintern, dass er sich bewegt und dass er mitläuft mit mir. Wenn er einmal läuft, dann läuft er brutal gut und dann, wenn wir unterwegs sind, dann sind wir ziemlich stark. Bis zum nächsten Mal. Ein letztes Mal also, bevor der Sommer sich über den Schnee hermacht und die Berge nackt stehen lässt, brechen unsere Jungs noch einmal auf. Gar nicht mehr so müde. Stefan und Björn naschen doch wieder von der süßen Watte, sind leicht im Überzucker. Die Strapazen sind abgehakt, weil sie einfach aufgestanden und rausgegangen sind. Wahrscheinlich darf man gar nicht so viel grübeln, wie man etwas ändert oder nicht. Mit ein bisschen Ruhe und Geduld kommt einem eh alles zugeflogen. Einfach so, ganz plötzlich und unerwartet. Es bewegt sich wieder alles und ist unterwegs. Auf der Suche nach der Spur. Dieser einen Spur. Marne. Also, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal. 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 Verrückt, oder? Aber egal, wie undurchschaubar sie ist, die Spur bleibt. Die Spur, die uns am Ende zu uns selbst führt. Immer eigentlich. Ist die Zeit nicht undurchschaubar schön? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020